Ja, Lutz, ich schau dich an. Ich weiß noch genau, vor zwei Monaten haben wir das erste Video gedreht und ich meinte ja zum Abschluss, jetzt hast du viel zu schneiden und schon hocke ich wieder hier und mag euch erstmal was Persönliches zumuten, sonst komme ich gar nicht so in die Gänge. Normal wäre ja, ich habe ja die Fragen jetzt und Einschätzungen und würde da jetzt das artig durchgehen, aber so komme ich nicht in die Gänge. Also erstmal ist es für mich wieder ein Stück unbehaglich hier zu sitzen, auch in die Kamera zu sprechen. Ich habe heute den ganzen Tag Seminarbühne gehabt, da ist es so viel leichter. Das ist das eine und das andere, für mich ist das ja auch eine neue Erfahrung so, ich bin ja drei Wochen vor diesem ersten Video drum herum gelaufen und wollte es nicht anschauen. Die Resonanzen von außen waren eigentlich ganz passabel und dann habe ich es mir irgendwann angeschaut und ja, fand es dann auch gar nicht so schlimm. Was anderes Persönliches, ich war ja da auch sehr pessimistisch mit meiner Einschätzung, wer nimmt sich heutzutage die Zeit, 20 Minuten da ein Video anzuschauen. Da wird gar nichts an Resonanz kommen und da möchte ich mich einfach mal bedanken, bevor ich da so in Inhalte gehe, wie viele Resonanzen es gab, auch einfach sehr wertschätzende, viele Fragen und auch Erfahrungen von anderen. Also das hat mich sehr inspiriert und einfach mal danke, dass ich hier sitzen darf und auch wieder, ich schaue dich als Kameramann an, in die Kamera zu sprechen. Ja, wir haben ja zwei Settings geplant. Einmal so etwas wie jetzt, da kannst du nämlich noch viel schneiden, also es ist nicht live, da kann ich so reden, wie ich will, wo ich ein bisschen Antworten, ach, Antworten klingt so lehrerhaft, so ein paar Einschätzungen gebe zu Kommentaren, die kamen, und zwar nicht vollständig zu allen, also wer jetzt nicht bedient wird, bitte nicht böse sein, das war jetzt so viel, dass ich einfach ein paar rauspicke und dann kommt kommenden Montag am Datum, Frieda, Datum schnell, Montag 6. kommt dann so ein Live-Event, da bin ich gespannt, wie du dann schneidest. Ich fange mal mit einer Sache an, die auch für mich ganz berechtigt kritisch war zu meinem Vorgehen und dem ich auch nachdenklich gemacht habe. Ich fasse das mal, was hier steht, so im Kern zusammen, nämlich die Kritik. Mit meinem sehr raschen Intervenieren bei HRlern, die gut vorbereitet sind, die sich Mühe gemacht haben, die 10, 20 Seiten Folien vorbereitet haben, mich informieren wollen, ist das nicht ein vorschnelles Interagieren und damit komme ich natürlich auch aus einem guten Kontakt raus. Und obwohl die Fragen, auch der Schreiber fand die Fragen gemäß, dass die zum falschen Zeitpunkt gestellt sind, zu schnell. Ich mag einfach sagen, ich teile das, also wenn ich mir das jetzt nochmal so anhöre, dass wir Berater oder ich jetzt ja auch zunehmend als Senior, ich bin jetzt keine 30 mehr, dass ich mich immer wieder überprüfe, was ist gemäßes Auftreten, sodass auch nicht so was, ja, ich sag mal, was Überhebliches stattfindet und damit auch den Klient aus dem Auge zu verlieren. Ja, jetzt gehe ich einfach so auf Fragen, ich habe sie versucht zu ordnen, aber mir ist es nicht gelungen, da eine Struktur reinzubringen. Ich gebe einfach mal so ein paar Fragen wieder, die mich da angesprochen haben. Einige kamen auch mehrmals, so im Sinne, Marc, vielen Dank für den spannenden Fall. Du sagtest, die 10 Führungskräfte seien gezielt ausgewählt. Welche Kriterien lagen dem zugrunde? Was sollte man beachten? Damit parallel eine ähnliche Frage mit einer ein bisschen anderer Perspektive. Die Auswahl von den 10 Führungskräften schien mir willkürlich oder vielleicht auch schlecht erklärt. Ich glaube, ich habe es gar nicht erklärt. Und gut möglich, dass die Maßnahme scheitert, dass die anderen 20 sich in Anführungsstrichen pisst fühlen. Das sind natürlich ganz relevante Fragen. Da kann ich recht unspektakuläre Antwort drauf geben. Da steuert mich konzeptionell, konsequent, fragmentarisch vorzugehen. Und es war eine Frage an den Inhaber, also das war ja die zweite Begegnung, zu fragen, die Symptome, die Sie da festmachen, die Sie jetzt erzählt haben, gibt es Bereiche, wo Sie die mehr wahrnehmen, wo es gerade dringlicher ist als in anderen Bereichen? Also gibt es eine Unterscheidung? Und da hat er sehr klar gesagt, ja, in einem Bereich merke ich das mehr als in anderen. Und zusätzlich, das ist jetzt eine sehr pragmatische Antwort, ich habe dann auch gefragt, steht ohnehin mit einem Teil des Kreises demnächst was an, wo eh eine Bühne stattfindet, die wir dann nochmal anreichern können. Und das war genau dann die Beantwortung, Herr Minor. Wir haben in zwei Wochen eine Veranstaltung genau mit einem Kreis, wo es wirklich, wo es brenzlig ist. Und da habe ich mich angeboten, sollen wir das nutzen und gehen einfach, da gehe ich direkt mit dem auf die Bühne und da haben wir das Drehbuch geschickt, gestrickt. Mit dem Pist der anderen, das war wichtig, da war die Empfehlung dann an HR und auch den Inhaber, die anderen zu informieren. Wir haben ein paar Dinge vor, die beziehen sich auf euch 30, aber wir wollen nicht nach Gießkanne mit allen 30 beginnen, sondern fangen mit dem Bereich X an, um Erfahrungen zu sammeln und wenn das gut läuft, werdet ihr am nächsten Schritt auch integriert. Ja, also klar kommuniziert, dass andere nicht dabei sind. Und mir ist völlig klar, manche fühlen sich dann immer noch pisst. Also das kriegen wir auch nicht ganz aus der Welt damit. Ja, nächstes. Wie gehst du damit um, wenn der Chef in solch einer Situation nicht zuhört? Finde ich eine tolle Frage, weil ich finde viele Chefs, ein bisschen so narzisstischer Prägung, wir hören ganz schlecht zu. Weiß ich auch nicht. Also im Moment ist für mich das Drehbuch der beste Weg. Also der Frager bezieht sich ja auf die dritte Begegnung mit dem Klientensystem, wo ich ja den Chef interviewte. Da hat er ja geredet und danach kommt ja der Bezug der ganzen, so der ganzen Führungsmannschaft auf das Interview und da darf der Chef nicht mitreden. Also da ist durchs Drehbuch einfach geklärt, Chef eine Stunde zuhören und das machen sie in der Regel. Klar gibt es Momente der Wahrheit. Da erinnere ich mich gar nicht, habe ich das in dem Video letztes Mal erzählt. Da gab es mal so einen Chef, der hat dann das Interview mit mir gemacht, danach die Runde geredet und beim ersten, der redete, ist er nach 30 Sekunden rein und sagte, oh, Herr Miener, jetzt muss ich doch mal reingrätschen. Also das ist ja so die Frage. Und das ist jetzt die Überlegung, was machen wir als Berater. Für mich ist dann ganz klar, ohne Erklärung dem Chef zu sagen, nein, jetzt nicht. Und gar nicht erklären. Sie wissen, wir hatten doch die Regel und jetzt haben wir doch eine Stunde. Nein, jetzt nicht. Und dann ist es in der Regel auch gut. Ja, also klare Ansage, freundlich irgendwie. Und meine Erfahrung ist übrigens, wenn man es dann schafft, dieses Reingrätschen, was er da sagen wollte, braucht es zu 99 Prozent nicht mehr, wenn er deine Stunde richtig zugehört hat. Auch zum Zuhören. Ein Teil davon ist ja, die haben zugehört quasi durch Drehbuch. Aber sind sehr wenig bezogen nachher. Also das ist für mich auch, ja, Kritikkultur auch nachher, wenn der Chef sich darauf bezieht, ihm dann auch klar zu sagen, also dafür, dass ihre Mannschaft jetzt eine Stunde sich bemüht hat, Resonanz zu geben, finde ich ihren Bezug sehr dürftig. Ja, und das nicht, wie gesagt, nicht mit Beschämung des Chefes. Und steuern kann man das zuhören natürlich auch, indem man dem Chef genauso, wenn die Runde anfängt zu reden, Fragen mitgibt, worauf er sich bezieht. Und dann, wie ich es im letzten Video sagte, einfach Fragen, die nicht nur das Ja-Aber kristallisieren, sondern was teile ich, was macht mich nachdenklich, was macht mich betroffen, was lerne ich aus dem Gehörten und natürlich auch, was ärgert mich. Aber nicht nur der letzte Teil. Also das ist so mein Weg, mit diesen Nicht-Zuhörern umzugehen. Ja, und es, also ich denke manchmal, wir haben eine Stunde zugehört, haben sie eigentlich nichts gecheckt. Also ich will da gar nicht erzählen, dass es irgendwie immer gelingt. Ja, dann, eine Sache war, da bin ich genau gerade bei dem Thema auch, das Vier-Augen-Interview vor anderen scheint mir auch als Reih-Um-Option interessant, also wenn alle auf der gleichen Hierarchie-Ebene sind. Das heißt, mehrere oder alle Involvierten nacheinander reden vor den anderen und reflektieren gemeinsam. Und dann die Frage, hat jemand Erfahrungen? Also nächste Woche sind dann andere Erfahrungen noch von euch gefragt. Und ich sage mal von meiner Seite, nur Ermutigung damit, also die Settings mache ich ganz, ganz viel und ich habe nur gute Erfahrungen damit. Ich habe gerade frisch eine Situation erlebt, Bereichsleiterkreis, da ging es darum, um etwas eigentlich ganz Banales. Eine Kundenbefragung hat fürchterliche Ergebnisse gebracht, wo alle aus den 40 Seiten manuell dachten, okay, dann müssen wir diese Maßnahmen ableiten. Die haben dann einen Aktionismus losgetreten, wo man selbst bei so etwas Banalem merkt, da hat jeder eine völlig andere Wirklichkeit. Eine völlig andere Wirklichkeit. Und da habe ich dachte, erst macht das überhaupt Sinn. Dann habe ich dann drei derer interviewt zu dem Thema Kundenbefragung. Was haben Sie denn rausgenommen? Was waren für Sie wichtige Teile? Was denken Sie zu tun? Was glauben Sie, was die anderen denken, was getan werden müsste? Also es waren acht Minütchen. Und das dreimal. Und wir haben dann alle gemerkt, in den 24 Minuten war alles dicht, also geklärt. Also ich kann den Frager nur empfehlen, probiert es aus. Es geht auf allen Ebenen. Es ist easy. Und es stoppt einfach dieses, ich sage das mal so, dieses Dampfplaudern. Alle reden ein bisschen von irgendwas und jeder meint, was kommentieren zu müssen. Und so kommt einfach ein Fokus rein. Und das ist aus meiner Sicht easy. Ja, ich schaue noch mal gerade. Ja, eine spannende Frage, wo ich selber am Ringen bin, ob ich da noch zu lausig bin, sorgsamer werden kann. Nämlich, wurde eine Methode vereinbart, wie in der Zukunft der Erfolg der neuen Unternehmenskultur gemessen werden soll? Das ist also die klassische Frage mit diesen Themen, Erfolgswirkungskontrolle, auch in quantifizierbaren Kriterien. Ich habe seit Jahren immer wieder meine Bauchschmerzen damit, weil wir einfach merken, wenn es in so sehr Schablonenhaftes geht, dann wird es Bürokratie oder banalisiert. Aber sich der Wirkungskontrolle und Messbarkeit dadurch ganz zu entziehen, das ist natürlich ein Totschlagargument und nicht zulässig. Und ich denke, in den letzten Jahren bin ich vielleicht zu sehr aus dieser Messbarkeitsschiene rausgegangen und würde das damals Anregung nehmen. Vielleicht als Konzept, auch jetzt wieder nicht als Belehrung, sondern als Wiederauffrischung. Was mich da steuert, ist ein Modell. Jetzt bin ich Lutz in Sorge, dass ich da zu sehr wieder in ein Unterreferat gehe. Aber ich versuche es mal schnell zu machen. Mich steuert eine linguistische Unterscheidung zwischen kernprägnant und randscharf. Viele ESB-Der können es mal so als Wiederauffrischung sehen. Randscharf bedeutet, ich definiere etwas von den Rändern. Ist etwas noch das oder das? Und das ist wichtig für Prozesse, für formaljuristisches Vorgehen, wo bestimmte Genauigkeit gefragt wird. Ich glaube aber, für alles, wo es um Kulturentwicklung geht, um Werteentwicklung, ist dieses Konzept nicht geeignet. Und da gehe ich eher von kernprägnant aus. Im Sinne, es geht um ein von allen gemeinsam geteiltes Verständnis und dieses zu vergrößern. In der Ebene auch in Messbarkeiten zu denken. Darum geht es. Mal als Beispiel, versucht mal eine gute Geschäftsfreundschaft von einer guten, herzlichen Privatfreundschaft randscharf zu unterscheiden. Das ist unmöglich. Das geht schriftlich ausbuchstabiert nie. Aber im Kernprägnanten, glaube ich, hat jeder von uns sofort ein Gefühl, was ist der Unterschied zwischen einer guten Privatfreundschaft und einer guten, freundlichen Geschäftsbeziehung. Hat jeder, obwohl er an den Rändern vielleicht eine andere Meinung hat. Aber das ist nicht schlimm. Im Kern ist man gemein. Und mein Weg, wo ich aber, glaube ich, sorgsamer werden kann, ist natürlich mit Kernprägnanz heranzugehen, zu schauen, wie kann das gemeinsame kernprägnante Verständnis von einer Unternehmenskultur Erfolg messbar machen, vergrößert werden. Und da ist mein Weg, da freue ich mich auch auf alle Resonanzen, über Beispiele zu gehen, Beispiele, Unternehmen, Didaktiken zu wählen, beispielsweise kollegiale Beratung zu nutzen, Fragekompetenzen zu entwickeln, Spiegelungsresonanzübungen zu machen, auch die Plenumsinterviews. Das sind alles kleine Stilmittel, Kultur zu entwickeln. Und haben das Unternehmen ein paar Mal erlebt, habe ich so den Eindruck, ja, es ist ihm klar, was wollen wir entwickeln die nächsten Jahre, ohne dass wir es definitionslastig beschreiben könnten. Aber auch nicht zu wischiwaschi beliebig zu sein damit. Ja, noch eine Frage, delikat, ich werde da, glaube ich, wieder in so eine Arrogantantwortebene kommen. Wie hättest du weitergemacht, wenn der Inhaber sich nicht öffnet und auch nicht seine Verantwortung als Führungskraft erkannt hätte? Also gerade der Schreiber des ersten Kommentars, dass ich da nicht gut angedockt habe, also da ist mein Weg einfach konsequent zu sein. Also wenn ich merke, der Inhaber spielt nicht mit, wie wir es auch vorher vereinbart haben, dann würde ich gar nicht in schlechte Gefühle gehen, auch nicht in so zicken Gefühle, jetzt will ich dem es aber zeigen, sondern rollenklar antworten, wir haben das und das, oder spiegeln, wir haben das und das vereinbart. Ich merke, so wie wir es vereinbart haben, funktioniert das nicht. Sie halten sich nicht an ein paar Grundregeln, die wir vereinbart haben. Und das heißt, ich kann den Dienst für Sie nicht so bringen, den Sie sich gewünscht haben und würde es gerne hier ablegen. Ja, und nochmal, das klingt jetzt so super hochnäsig wahrscheinlich, also das ist nicht meine erste Intervention. Also ich bemühe mich dann auch drei, vier Mal, dass der Prozess klappt. Aber ich gehe mal in den Worst Case, der für mich dann nicht Worst Case ist, sondern nur folgerichtig. Ich kann nicht so dienen, wie Sie es sich wünschen, also würde ich das gerne hier lassen und beenden. Punkt. Ja, jetzt, Lutz, habe ich wieder, ich glaube, fast eine Dreiviertelstunde geredet und du hast die Aufgabe, wieder so viel zu schneiden wie beim letzten Mal. Ich beneide dich nicht und alles, was dann bleibt, dann danke ich natürlich wieder, dass ihr, dass sie zugehört haben und freue mich auf den Live-Dialog am Montag. Dann können wir nicht mehr schneiden. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020